AfD-Themen sind einfach überall. Burkas, Kopftuchmädchen. Schämen Sie sich denn überhaupt nicht? Ihr habt nur integre Persönlichkeiten. Ich glaube, viele sind einfach nur noch komplett genervt davon, wenn sie diese drei Buchstaben AfD irgendwo hören, lesen oder sehen. Und ganz ehrlich, ich kann das Gefühl sehr gut nachvollziehen. Nur ich glaube auch, dass ich in gewisser Art und Weise zu diesem Gefühl beitrage. Ich gebe in gewisser Weise zu, dass AfD-Themen auf meinem Kanal manchmal besser laufen als manche andere Themen. Und dass man dann auch mal über ein AfD-Thema redet, weil man weiß, okay, das läuft besser oder das läuft gut. Ich frage mich dann, warum beeinflusst mich die AfD so sehr? Warum beeinflussen mich die Themen der AfD so sehr, dass ich sie für wichtig erachte? Und nicht nur ich. Warum erachten so viele Medienleute, so viele Journalisten, so viele Zeitungen, so viele Fernsehsender, AfD-Themen als so wichtig? Was steckt da unter Umständen dahinter? Beziehungsweise warum werden sie überhaupt ausgewählt? Und um diese Fragen oder um diese Frage zu beantworten, will ich meine Arbeit hier mal hinterfragen und auch schauen, warum andere AfD-Themen als so wichtig erachten. Einen wunderschönen guten Tag, liebe meine Interesting Crew. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und auch wenn es in diesem Video hier um die AfD geht, bitte ich euch unten in den Kommentaren so respektvoll zu sein wie nur möglich. Wer das nicht ist und andere beleidigt, der fliegt ganz einfach. Und wer ganz grundsätzlich Lust hat und Bock hat auf mehr Sachlichkeit in Politik-Videos, der abonniert am besten schnell meinen Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Und ich würde da gerne beginnen mit einem Zitat. Das Internet ist für uns Neuland. Diesen Satz kennt ihr wahrscheinlich, der ist natürlich von Angela Merkel und ist bereits ein paar Jahre alt. Und ob inzwischen die Regierung aufgeholt hat und das Internet nicht mehr als Neuland betrachtet, das sei einfach mal dahingestellt. Allerdings haben die Reaktionen auf Rezo Anfang 2019 gezeigt, dass da durchaus noch Nachholbedarf besteht. Da ist so manch andere Partei in Deutschland schon ein bisschen weiter, das Internet und deren Plattformen für die eigene Politik zu nutzen. Die Rede ist natürlich von der AfD. Und Medienwissenschaftler Bernd Gebler beschreibt die AfD übrigens als erste Internetpartei. Wenn man zum Beispiel mal einen Blick auf YouTube wirft, in die Trends zum Beispiel, dann wird man da schnell sehen, dass das ein oder andere Mal, und das ist gar nicht so selten, einem ein AfD-Bundestagsreden-Video über den Weg läuft. Und so ein Video hat dann auch extrem viele Aufrufzahlen, anders als beispielsweise ähnliche Videos von anderen Parteien und anderen Politikern. Außer in Ausnahmefällen wie zum Beispiel Philipp Amthor. Und in der Studie AfD und Medien beschreibt eben Bernd Gebler dieses AfD-Phänomen so. Hinter den hohen Raten der Abrufe und Interaktionen bei Alice Weidel und Jörg Meuthen verbügt sich natürlich keineswegs ein entsprechend dominanter politischer Einfluss auf die Gesellschaft, sondern vor allem ein großer Aktivismus der AfD-Anhänger. Durch ständige wechselseitige Bestätigungen können sich auch hochgradig mobilisierte, aber relativ kleine Gruppen zu einer großen Zahl von Interaktionen aufschaukeln. Also eine kleine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig hochpusht, um wie eine große Menge an Menschen zu wirken. Und dass das nicht nur bei Reden von Alice Weidel oder Jörg Meuthen auffällt, das zeigt auch eine Analyse von NDR, WDR und der Analysefirma Alto. Die haben nämlich mehrere Millionen Beiträge online auf den Social-Media-Plattformen analysiert und herausgefunden, dass gut 47% der politischen Diskussionen eine thematische Verbindung zur AfD und zu rechten Themen hatten, obwohl die Gruppe der rechten Unterstützer nur rund 10% der Nutzer ausmacht. Außerdem hat diese Analyse festgestellt, dass wenn es um deutsche Parteien geht online, dass es dabei in ein Dritteln aller Fällen um die AfD geht. Egal ob positiv oder auch negativ. Außerdem haben sie festgestellt, dass eben AfD-Bundestagsabgeordnete beispielsweise viel häufiger in Verbindung treten mit ihren Nutzern und mit denen kommunizieren, als das beispielsweise andere Parteien machen. Also bottom line ist, dass die AfD und ihre Themen immer wieder online auftauchen. Egal ob in journalistischen Beiträgen oder generell im Online-Diskurs oder meinetwegen auch im realen Diskurs, aber vor allem im Online-Diskurs tauchen sie immer wieder auf. Und das kann man jetzt schlecht finden. Man kann jetzt aber auch sagen, naja, die AfD ist halt eben die drittstärkste Partei in Deutschland nach der letzten Bundestagswahl, ist eben auch die stärkste Oppositionspartei und die verdient deswegen auch eine gewisse Art an Aufmerksamkeit oder einen gewissen Grad an Aufmerksamkeit. Und da stellt sich bei mir schon mal die Frage, gerade am Blick auf meinen Kanal, was für Themen habe ich behandelt? Was ist eigentlich wichtig? Und ist das Thema, was vielleicht was mit der AfD zu tun hatte, überhaupt wichtig? Ich sehe dann auch an vielen Kommentaren, dass ihr sagt, macht doch mal über Thema A oder über Thema B was. Das ist doch viel wichtiger als die AfD. Beispielsweise wie bei COPPA, also dem Gesetz aus den USA, was vielleicht bedeuten könnte, dass euer Lieblings-YouTuber oder eure Lieblings-YouTuberin in Zukunft keine Videos mehr machen könnte, egal ob sie nun in den USA lebt oder in Deutschland lebt. Darüber habe ich übrigens auch ein Video gemacht, das letzte nämlich zusammen mit Rob Bubble. Schaut euch das unbedingt mal an, das habe ich euch oben im i auch verlinkt. Und wenn es um die Themensetzung geht von Journalisten, sei es nun in Zeitung, in Fernsehen oder eben auf YouTube, dann sagt die österreichische Autorin Ingrid Broding, die laut NDR sich schon seit Jahren mit rechter Propaganda beschäftigt, dazu das hier. Im schlimmsten Fall führt das zu einem klickgetriebenen Journalismus, der nicht rein nach, was ist wichtig, sondern nach, was ist emotionalisierend agiert. Selbst wenn die Themen dort eingeordnet oder kommentiert werden, sind sie gesetzt und bekommen Aufmerksamkeit. So, und an dieser Stelle muss ich mich dann ehrlicherweise schon mal fragen, bei meinen Themen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, habe ich mich da gefragt, ist das Thema jetzt wichtig oder bringt das Thema mir jetzt ganz viele Klickzahlen und ganz viele Aufrufe? Weil beide Sachen durchaus extrem wichtig sind, eben für den Erfolg auf YouTube ganz klar, aber manchmal war dann diese Schale von das Thema ist wichtig, vielleicht nicht so hoch oder vielleicht war sie ungefähr auf gleicher Höhe wie okay, das bringt mir jetzt auch viel Erfolg. Also ich habe nie ein Thema gemacht, was unwichtig war, meiner Meinung nach zumindest, aber diese Schale von das bringt mir jetzt auch viele Aufrufe war bei dem einen oder anderen Thema vielleicht wichtiger als bei einem anderen Thema. Beispielsweise auch bei dem Thüringen-Wahlvideo. Da ging es ja auch darum, dass die AfD nun unfassbar viel Zugewinne bekommen hat, obwohl die Linke eben auch Gewinne verzeichnen konnte und auch Wahlsieger war und trotzdem richtete sich das Thandell des Videos eben nicht nach Bodo Ramelow aus, sondern nach Björn Höcke am Ende. Warum habe ich das gemacht? Ja, auch weil ich mir dachte, okay, das AfD-Thema zieht mehr. Gut, man kann natürlich auch argumentieren im Fall von Thüringen, dass die AfD der absolute Wahlgewinner war. Das ist so und das kann man eigentlich auch nicht abstreiten. Aber dennoch könnte man auch anders argumentieren und sagen, okay, ich lege jetzt die Linke in den Fokus anstatt die AfD. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass nicht nur ich mich hinterfragen sollte, sondern auch viele Journalisten da draußen, die auch für private Printhäuser beispielsweise arbeiten und ihre Themen vielleicht auch nur aufgrund von Klicks und Aufmerksamkeit auswählen. Denn am Ende bedeutet vor allem eben für die privaten Medien mehr Aufmerksamkeit bedeutet auch mehr Geld. Dazu sagte übrigens der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillier gegenüber dem Deutschlandfunk das hier. Populisten bekommen durch Provokationen Aufmerksamkeit, Medien bekommen Klicks, der demokratische Diskurs verliert oftmals. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass man durchaus Dinge der AfD aufgreifen muss und sie thematisieren muss und sie klarstellen muss. Aber ich glaube, dass man aufpassen sollte und nicht reflexartig auf jedes AfD-Thema springen sollte, was einem so vor die Füße fällt. Und trotzdem passiert es natürlich noch, dass viele Journalisten, und ich kann mich da vielleicht auch teilweise nicht komplett von ausnehmen, reflexartig so ein AfD-Thema aufgreifen. Übrigens, der Medienwissenschaftler Bernd Gebler, den wir gerade eben ja auch schon mal hatten, sagt dazu übrigens Folgendes. So werde inzwischen weniger nach dem Reiz-Reaktionsmuster und mehr mit eigenen Themen berichtet. Also es wird schon besser, keine Frage. Wobei in der gleichen Studie auch gesagt wird, dass es da noch sehr viele Defizite gibt. Und ich will auch noch mal betonen, dass ich mich beispielsweise auch nicht nur durch die AfD-Themensetzungen oder durch neue Skandale beeinflussen lasse, weil irgendwo sucht man ja immer nach seinen Themen und versucht da rauszusuchen, da rauszufischen, was man jetzt besprechen soll auf seinem Kanal und was nicht. Ich lasse mich aber beispielsweise auch in gewisser Weise beeinflussen durch Nutzerkommentare, auch durch eure Kommentare, natürlich. Durch Themenvorschläge, die ihr mir gebt und Themenvorschläge, die beispielsweise auch besser geliked werden und besser gevotet werden. Wie zum Beispiel in diesem Fall hier. Da habt ihr nämlich vorgeschlagen, dass ich besprechen soll, dass Höcke vorgeschlagen hat, zurückzutreten, um eine Regierung in Thüringen zwischen AfD, CDU und FDP Raum zu geben. Das Thema habe ich natürlich nicht behandelt. Im ersten Moment dachte ich mir auch, ja, das klingt erstmal spannend, auf jeden Fall. Aber was für einen echten Mehrwert hat denn das eigentlich? Und ich will auch nicht sagen, dass ich in Zukunft auf diesem Kanal hier keine AfD-Themen mehr bespreche oder Videos mache, die sich um die AfD drehen. Im Gegenteil, wenn es was Wichtiges gibt, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Wenn es was zu kritisieren gibt, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Vergangenheit eher diese kleinen Reizthemen aufgegriffen habe und diese besprochen habe, weil ich vielleicht mir unter anderem auch kurzzeitig davon mehr Aufmerksamkeit erhofft habe. Aber ich glaube, damit habe ich auch in gewisser Weise zu einem verzerrten Diskurs beigetragen. Und ich glaube, dahingehend hat mich auch die AfD oder zumindest die Themensetzung rund um die AfD beeinflusst. Jetzt möchte ich allerdings von euch wissen. Erstens, findet ihr, dass es in der Vergangenheit hier zu sehr um die AfD ging? Ja oder nein? Und zweitens, wenn ihr Lust habt, das auch noch zu beantworten, welches Thema fändet ihr denn eigentlich mal interessant? Und schaut doch nach anderen Themen in den Kommentaren und gebt denen, wenn euch ein Thema gefällt, auf jeden Fall auch ein Like. Dann sehe ich nämlich auch, was euch interessiert. Und ich hoffe mal, dass am Ende da kein AfD-Thema bei rauskommt. Dankeschön euch erst mal fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann soll es nicht um die AfD gehen. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Euer Marvin. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann.